Ich weiß nicht ob man Einfallspinsel, Gewürze und die Dings von uns kaufen kann, ich denke mal nicht. Das wäre dann zu krass OP, dass auf einmal kein Zauber, keine, äh, sag mal, Anfang, Anfang braucht. Räuchern wir. Wir wollen... Wille. Also was geht nutzen das? Zu später. Zu später. Nehm, ne. Kann jetzt einfach da zu gehen und abgeben jetzt mal hier. Oh, der Drachensiegel, Drachenauge. Daran schon gegeben. Ich weiß nicht, was du? Aber der Halken Blühwein ist. Es war echt gut. Ich wollte dich nicht sagen. Ich würde mich einfach... Hast du gehört, dass du einen Drachensier. Puh, was du? Wer ist das? Sehr gut. Du hast du dich. Du hast du dich. Du hast du dich. Ja, du hast du dich. Nein, ich weiß. Ich weiß nicht. Du hast du dich. Hey. wie war denn das ob es einen Ring bekommen genau ja Eidring von Angehend Drachen dies ist ein Ring der erhöhte Wiederherstellung von TP mit Eskeflakon ein wenig der Besitz von Drachenschuppen ist ein Beweis für Helmut Stärke sollte immer Sturz wieder als die Drachenstrumpen tragen gut, aber weil ich keine Drachenschuppe habe habe ich keine mehr und ich hatte ein Drachenauge bekommen hier überfällt eine Welt mit einer Drachenschuppe mit einer Drachenschuppe der wird später sehr wertvoll sein bei Shulva warum was war der grund warum ich ihnen nicht beitreten können konnte ich will verständlich etwas nicht geben ich habe kein bock auf den eidstein beim blauen ab blauen rittern sind so dass du halt leute die jetzt über fein werden dass du unterstützt quasi dann kommt der phantom er ist also ich selber zu unterstützung kaffee siehende gefäße Okay. Okay. Will you find peace? Bevor ich jetzt... ...über reingezogen werde... Ja, wieder weg. Sei sicher. Hoffentlich wird es viel besser. Oh, viel finster Kugeln habe. Ist schon geil. Ganz ehrlich, ist schon wirklich geil. Du hast ziemlich eine Reise, ich kann es sehen. Du musst ein gläueres Nr. Säle, aber... ... was ein wundervolles Leben. Miracke haben sie gesucht, nicht wahr? Und jetzt? Was ist das... ... also... ... du... ... um miracke... ... miracke... ... wir präsentieren... ... du... ... kein Geist für die Gäste. Ha... ... wir versuchen... ... ich habe keine Ahnung, was es bewirkt. ... ... ... ... ... ... ... Du hast mich ausgetauschen, hast du? At least jetzt kann ich dich ausgetauschen. Ah da! weg mit dir rot ohne wahrheitsverkünder linderne sonnenlicht abbildglocke heiligen kapuze heiligen kleid heiligen lang handschuhe heiligen hose ihr kehrt in eurer Welt zurück also ist also alle inaktivieren wird zweimal heiligen kleid und sowas dann habe ich eine glocke von ihr bekommen ja noch abbildglocke da war es verhandelt hiervon ich habe es nicht mehr genau ich habe es nicht mehr genau war sehr viel hier hat es auch immer stand weiter Ach, vielleicht werde ich in der Aufnahme mal sehen. Ihr habt es sicherlich gesehen, ich könnte kurz stoppen, was da drüber stand noch mal ist. Aber ich habe es jetzt einfach mal so vergessen. Vielleicht ein Ring? Ja, ein Ring war das glaube ich. Was für ein Ring. Diesen Ring, das Ei des Pilgers, hört die Angriffstärke von Hexerei, verringert ihr noch tp. Was ist die Finsternis? Ah, scheiße, ich habe einen Kopfhörer. Was ist das? Was ist das? Also bekomme ich mehr Schaden durch... Okay. Ich schmeiß mir den Ring weg, langsam. Sie war anstrengend ein bisschen. Aber woher wussten wir, dass sie eine Verräterin war? Oder woher kam die Information, dass die Verräterin war? Schau mal, ich habe so eine Magie bekommen, wa? Alter. Ich will jetzt alle glatten und seldigen Steine abgeben, dann reißen wir nach Julva und dann Mike aus. Heute. Oh nein, relativ lange Zechne gespielt, würde ich sagen. Aber wir sind sehr weit voran gekommen. Hier, Linderens Sonnenlicht. Eine uralte besondere Wunder, große tp-Heilung bei Wirkung und verbündet in der Nähe. Dies im Lindnerkloster aufbewahrte Wunder wurde gestohlen und ist seither verschwunden. Ja, aber es steckt mir bitte eine Frage. Vorher weiß ich ja, dass sie etwa immer noch. Jetzt kann man nirgends mit, sagt man, mit Aussage, wo gesagt wird, ja, das war sie. Oder doch? Jetzt darf ich mich mal noch testen, ob ich mich dann zurück verwandeln kann, wenn ich halt mich darin lege. 482. Jetzt legen wir kurz mal den ab. 82. Wenn die hat 40 schon, ja, schon relativ gut. Gut. Glaubt das? Ne, ich bekomme ja den, ich habe den Einträgen bekommen. Jetzt kommen wir auch nicht, jetzt wird meine Wüse nochmal verändert. Was bin ich denn jetzt, äh, ein Doppel-Twitter? Einmal, mein Bart wieder, endlich! Gut. Bin männlich. Hugo ist wieder Hugo. Stimmt, ich wollte noch, ach, kapp. Es zeigt noch mehr Erinnerungen, wo ich hingehen konnte. Ähm, nochmal zum, ähm, in der Riesenerinnerung. Um zu zeigen, dass ich den Riesen getötet habe. Ich glaube, ich hab die Riesenseele schon abgeben wahr. Ja, die Riesenseele schon abgeben, scheiße. Okay, dann halt nicht. Ich könnte jetzt trotzdem mal versuchen, mit denen zu quatschen. Vielleicht macht der das. Die wirklich gut, aber die Riesenseele用意 . Ich glaube, da war es gut. Ich bin dran, jetzt war das wirklich gut. Ich bin dran, deswegen bin ich dran. Ich bin dran. Ich bin dran und bin dran. Ich bin dran. Jetzt sch kabelt man das ist. Ich bin dran und bin dran. Ich bin dran und bin dran. Und dann bin dran. Ich bin dran. Das war aber schl AS hier. Ist. kürz war nichts mit schloss ritter ich hab glaube ich vorspürt dass ihr da nicht ansehen müssen die ganze zeit hier klicken musste tatenstein feilstein fallstein blitzstein dämon groß haben wir schon wieder dreizack des kandidasierens alter ölischer stein geburtstener roter augapfel alte peitsche stolze ritter seele geburtstener blauer augapfel menschenbild stolze ritter blitzstein dreizack schon wieder kruder stein dreizack schon wieder titanitscholle cool groß haben wir schon wieder dämon groß haben wir schon wieder dreizack schon wieder titanitscholle gut fossile drachenseele wie sie nicht die kürzschädel 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 mit fahrt ihr wollt mir doch alle verarschen dass ich jetzt echt jetzt ähm ein fucking dreizack bekommen habe viermal erhöht den angriff weiter endlich okay angriff verstärkung gegen hüllen das ist bullshit jetzt ehrlich ich muss ein kaffler noch mal rennen und alles verkaufen irgendwann sterben ich habe wirklich keine lust gegeben davon zu rennen aber alles money money ist halt heutzutage sehr wichtig ich habe zwei drachenzähne gut krieg ich jetzt verkaufen das ist halt jetzt nicht zu viel aber die beste da sehe ich ich bin da 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 das kann verkauft werden auch cool ich habe beide schilder bekommen riebis und omans die haben auch mal schild geklaut verkaufen wird noch und dann dann geht es wirklich 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 zu schuld war war noch mal ja das ist viel zu viele gebiete schön viel schaden weg damit weg damit ich glaube hier haben auch doppelt und dreifach hier 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 gut 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 hier 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 jetzt geben jetzt holen wir noch ein paar Gui-Bärchen dann und ein paar Pfeile beide Beute später du? ja, sie ist auch jetzt hier ihr Outfit der kann ich nicht von tragen, ok danke oh, hallo wieder neuer Inventar bekommen wir von ihnen vielen Dank ja, vielen Dank und jetzt muss ich die Kunde hinsetzen dann müsste bei ihnen ein Angebot sein ja, das ist ja anders oh, ich habe ein paar neue Dinge verkauft sie haben eher verkauft ich bin, ähm, ähm da, die Grafik ich sehe nichts hallo jetzt langsam Schmerzer Demon Strafmaske Spiegel Outfit ja, ich würde irgendwann auch von alles hier erhöht Höchstbelastung durch Ausrüstung, ok erhöht die Kraft von Pyromatie also wir Taunen ausrüst sie immer wieder sicher ja ja alles nicht w ich 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 Da war eine Rede, solange ich nicht gegen Bosskämpfe will ich weiterhin den Seelen mitnehmen Und wir reisen nach... Hier, Schulbar Ok Das hier Wird die nächste Zeit Ein Gebiet sind, mit dem ich halt mehr oder weniger anelfrissen werde Aber egal Also ich, die letzten, also die Boss sind hier ziemlich, sagen wir mal schwierig Ich muss ehrlich sagen, bei meinem Spiel, mein erstes Spielverlob war schwierig gewesen Und... Ja, ist einfach, ist halt nicht unbedingt lustig Und deswegen werde ich ein bisschen länger gebrauchen für die erste DLC, die zweite DLC könnte etwas länger dauern Das Wort könnte ist immer sehr interessant Weil ich halt zehn Teil nur, glaube ich, ungefähr bis zum ersten Boss gespielt habe Aber der Weg war manchmal zu weit und zu viele Gegner, die halt sehr viel aushalten konnten Da habe ich immer noch keinen Bock mehr gehabt Und beim dritten habe ich nur, wenn man Anfangsgebiete macht Da habe ich nicht mal den Boss kennen... Ja, auch ein Boss, der kennenlernt, aber da war halt ein Schneesturm drin Da muss ich vorher was anderes machen Also Leute, ich will noch mal euch nochmal dafür bedanken, dass ihr bei meiner Session zugeschaut habt Und ich hoffe, euch hat auch die Wunde gefallen Und man sieht sich bald wieder in der neuen Runde von Dark Souls Shodder of the First Sin Also Leute, haut rein Habt noch einen schönen Tag Tschau, tschau Tschau